Ja, ist echt super, dass die sich schon erledigt haben. Das erspart einiges an Arbeit. Aber leider ist hier gar keiner mehr. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte mich schon ein wenig auf die gefreut. Ach Mensch. Sieh mal einer an. Da haben wir gerade so etwas wie einen Checkpoint freigeschaltet. Juppalli. So, hier drin. Achso. Das möchte ich gerne mitnehmen. Ich bin dann mal so frei und nehme alles Leben mit. Ich reiße es an mich. Also, das sieht ja schon recht zerbombt aus. Ich war das gar nicht. Hier hinten. Dieser Typ, ne? Wo treibt er sich rum? Hallo, Typ. Bist du hier? Typ ist nicht hier. Ach, Typ ist da. Den Typen meinte ich aber gar nicht. Sondern diese geluxenden Jungs. Und wo wird denn schon wieder geballert? Ich möchte mitmachen. Etwa auf dem Dach? Ähm. Na ja, kommen wir hier nochmal hoch? Jupp. So, da hinten könnten wir vielleicht hin. Das bringt uns aber nicht dördlich viel. Auf dem Dach ist niemand. Ja, wo seid ihr lause Boobs denn? Oder lause Boobis? Hm, hm, hm. Ob die noch in einer Tiefgarage sind? Hm, das ist merkwürdig. Ich möchte doch nur eure Party joinen. Sage mal, wo geht jetzt die Party? Ich habe hier schon länger keinen mehr entdeckt, der auf die Mütze will. So, hier ist alles so... Boah, tat gar nicht so doll weh. Ob sich hier noch einer rumtreibt? Lange genug waren wir hier auf jeden Fall schon. Sodass hier rein theoretisch jeder ausgenockt werden... sein müsste. Mit dem Aufzug können wir nicht mehr fahren. Gut. Dann... werden die sich hier schon irgendwo rumtreiben. Ich möchte nur gerne wissen, wo. Sonst fühle ich mich so alleine und... weiß gar nicht... warum die mich nicht dabei haben wollen. Das hat doch immer so einen Spaß gemacht. Die hat noch auch so viel Freude da dran. Hallo, lass mich da rauf. Wir haben doch die Flugzeuge gefahren irgendwo. Der ist doch hier... Ne, das, das... Da waren wir schon drin. Von der anderen Seite nur. Ich möchte mitmachen. Das ist auch mein Krieg. Genau, von da haben wir geguckt. So stelle ich mir den Krieg nicht vor. So langweilig. Und das, was passiert. Die sitzen mir fast im Nacken. Nur... nicht so richtig. Und hier auf der anderen Seite rausgehen hat, glaube ich, auch nicht so den Sinn. Weil wir dann runterfallen. Und weil wir dann auch nur bis dort kommen und dann ist da in Station. Okay, wo geht es jetzt weiter? Da drin war es ja auch nicht, ne? Wollen wir da rein? Wie können wir da rein? Das wäre ja höchst ungewöhnlich. Oh. Hm. Vielleicht kann der Wachmann da aufmachen. Es gibt doch hier bestimmt noch eine Tür mit Restricted-Dings da. Hallo, du sollst herkommen und aufmachen. Genau. Alles klar. Hallo, kommst du mal mit? Sonst schiebe ich dich her. Ach, dieser Wachmann wieder. Herr Wachmann, lass mich durch. So, und jetzt gehst du mal ab hier. Man soll's nicht wagen. Genau. Ja, komm, ich geh vor, du kommst hinterher. Sehr hübsch. Ganz toll machst du das. So, jetzt kommst du her, machst hier auf, dann können wir endlich mal am Krieg teilnehmen. Geh ohne mich weiter. Och, Junge. Machen wir nicht fertig. Wird euch die Decke können? Einfach, wenn die Gegner nicht herkommen, wollen wir dann holen wir Gegner zu uns. Und wenn wir nicht zu ihnen kommen, dann auch. Ach, Mensch. Da geht's irgendwo lang. Da würde ich ja so gerne lang. Können wir denn da hin? Ähm, hm, 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 hm. Das sieht ja jetzt kompliziert aus. Ach, Mensch. Und da geht's auch wo rein? Ich glaube, das sieht schon besser aus. Da, dann, 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 da. Geh ich nochmal kurz hoch. Ich hatte mir auch schon ein wenig Sorgen gemacht, dass wir hier nichts mehr machen können. So, jetzt hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob das passt, aber... Schau nochmal. Oh, yeah. Hat zwar ein bisschen weh, aber... Na, ja. So, das sieht doch schon fein aus. Ich weiß nicht. Wo bist du denn, kleiner Heli? Hoppadaam. Ich weiß nicht, ob der friedlich ist oder... ...nicht. Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Okay, eindeutig nicht. Erliegt. So, dann beliebe da noch einer übrig, der sich da verschanzt. So, der wäre auch erliegt. Oh. Ach, die meinen das aber ernst. Äh, dadada. Ach, das sind so dicke, ne? Moment, wir haben doch auch so eine coole Kanone. Äh, dadada. Reicht nicht. Lass mich, lass mich. Ich glaube, der ist sauer. Oh, je. Das, äh, stockt manchmal ein bisschen. Und witzigerweise lädt sich das Ding auch nach. Oh, yeah. Die Kanone mag ich. Aber nicht töten. Das finde ich nicht gut. Kann ich auch einfach rausschießen und die finden was? Hm, nee, so nicht. So, jetzt reicht das mir mit euch. Achso. Oh, Mensch. Die sind schon tot. Okay, da oben ist noch ein Heli. Ich gehe dann gerade mal ein bisschen... Gehe ich nicht. Ich wollte sagen, ich gehe ein bisschen Munition einsacken. Ach, nee. Ja, kommen jetzt noch mehr, oder wie? Dann verziehe ich mich mal gerade wieder. Hm. Ich glaube, das ist so eine unendliche Ecke. Ja. So. Ich schieße einfach raus, um die Ecke rum. Und patsch, ist er weg. Okay, jetzt, äh, schnell ab durch die Mitte. Dann würde ich hier auch ganz gerne lang. Da kommen wir aber nicht ohne weiteres Rang. Das sieht aber so hübsch aus, da. Aha, wir kriegen Besuch. Gut, wir kommen da doch lang. Nein, wir sind tot. Nein, ich mag nicht tot sein. Oh je, wir sind doch tot. Ganz doll. Okay. Und die ersten bösen Jungs müssen wir, glaube ich, mal abwarten. Oder ich renne einfach gleich durch. Äh, da kommen die her. Ich dachte, die wären woanders hergekommen. So. Um die Ecke rum. Zack, 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 zack. Mal da rauf, da. Nummer eins, wer erlegt. Da sind noch ein paar Jungs. Hm. Ohne Geräusche einfach. Zack, zack, zack. So, der war auch umgenockt. Bevor der wiederkommt, schnell weg hier. Schrot genommen. Ich hoffe, dass da keiner drin ist. Ah, da, da, war ich nicht. Ach so, er ist platt. Gut, schnell weg, bevor wir da noch mehr kommen. Puh, Mann, oh Mann. Ach, hier sind wir. Mensch, komm mit. Na. Dann bleib mal da. Ich regel das. Was? Das war ich nicht. Okay, dann. Ach so, da kommen die ja raus. Dann, dann, dann gehe ich hier mal ganz schnell hin. Tralala. Sieht keiner. Ja, ich kriege die Waffe nicht ausgewählt. Wo ist die denn? Ach, da. So. Bevor er sieht, dass ich mich verdrücke, Ja, gehe ich ihm auch ein paar Fliegen rein. Genau, die finden ihn auch. Ach. Nein, 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 nein. Lass mal. Das war meine Idee mit den Fliegen. Also, mach mich nicht ständig nach. Das ist echt uncool. Zack, er liegt. Die hauen gut rein, die Teile, ne? Und wenn man denn nicht unbedingt gegen die Wand schießt. Aber ohne Sound macht das ja auch wenig Spaß, ne? So. Ach so. So, jetzt aber wirklich schnell rum. Da unten war ja noch einer. Da ist die Kalone hoffentlich... Ach so, acht Schuss kann man noch haben, oder wie? Da. Zack, erlegt. So. Ach so, wir müssen den da durchlassen. Gut, 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 IC. Komm's rum. Bevor da die Hölle losbricht. Da. Nein, 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 nein. Lass mal. So, Fliegen summt herbei. Und er legt sie. Ach, ich mag diese Kanone. Das ist so schön, um die Ecke rumzuschießen. Klein Barney, oder wie auch immer der heißt. Ich hab nur woanders gehört, dass man... Ich weiß nicht, der Barney heißt oder so. Also, komm mit. Und mach auf, während ich uns hier mal wieder ein paar Typen vom Leib kalte. So, Kanone auswählen. Schrot vielleicht. Junge, musst du hier rauf machen. Ich hoffe, der ist nicht tot, oder sowas. Wo bist du denn zum Henker hin? Soll das ein Witz sein, oder was? Boah. Kinderkacke hier. Muss ich dich jetzt etwa wieder abholen? So, jetzt kommst du mal mit, hm? Warn mal was. Boah, kann doch nicht sein, dass der versucht, den Heli anzugreifen. Mit kommen, sonst erschieße ich dich eigenhändig. Und dann mache ich keine Witze. Achso, hier können wir rauf. Glaub ich. Nein! Sehr hübsch, dass er schon aufmacht. Oh, yeah. So, jetzt nur noch halbwegs mittig. So, kriegen wir den dann mit abgeschossen vielleicht? So. Oh ja, das ist schon nett, aber ich will ja gerade keiner herkommen. Deswegen muss ich das leider lassen. Schade. Oh, da kommt doch einer. Dann können wir das mal inakt... Ja, halt nicht so den Effekt, ne? Wo bist du denn? Bist du jetzt unter mir? Das wäre ja relativ unlustig, aber wenn da noch mehr kommen, was ich mal glaube, dann können wir da mal so richtig... Ja, buddy. Spaß machen. Haha, das macht Laune, ne? So, aber dieser eine Typ, der ist... ...gleich tot. Und das... Hier ist er nicht. Hat er! Mensch! Hast du dich etwa versteckt? Mit deinem Kollegen hier? Oh. So. So, aber wir haben auch gewisse Verluste. Hallo? Tja, hier ist er nicht. Das ist schade. Da muss ich ihn ja leider jagen gehen. Zerling. Und da ist das für dich.